Damit die Leute unsere Schokolade auch kaufen, ist es wichtig, dass sie sie gut sehen. Hier zum Beispiel ist die Schokolade relativ unauffällig. Wir haben nur einen Karton, in dem es sie gibt. Aber wir haben genug Platz, da können wir sie viel auffälliger hinstellen. Das ist unglaublich wichtig, weil sonst kaufen die Leute einfach nicht die Schokolade, wenn sie die Schokolade nicht sehen können. Viele Firmen haben professionell Leute, die sich darum kümmern, dass in den Läden das gut platziert ist. Das können wir natürlich nicht bezahlen und deswegen müssen wir das selber machen. Also ich hoffe, dass ganz viele von euch das gleiche machen und vielleicht sogar noch ein Foto macht und das auf unserer Facebook-Seite hochladen. Danke.